Mit einem Sieg gegen Kloten kann Dax Shadden's Lugano die Zürcher in der Tabelle überholen. Doch das Unterfangenheim-Sieg erhält in der 13. Minute einen Dämpfer. Robin Leone profitiert von der guten Vorarbeit von Patrick Oberist. Das erste Drittel über weite Strecken erreichenslos. Bis Julian Walker in der ersten Druckphase der Tessiner ausgleichen kann. Allerdings sind sich die Schiedsrichter und Didier Massi nicht ganz sicher, ob alles regelkonform ist. Walker stört Gerber ausserhalb seiner Schutzzone. Der Treffer zählt 1 zu 1 nach 20 Minuten in Lugano. Lugano macht im zweiten Drittel Druck, Kloten wehrt sich nach Kräften und übertreibt es zuweilen. Ilari Filippola wird regelwidrig am Torschuss gehindert. Die Folge ist ein Penalty für den Lugano-Finnen. Martin Gerber behält die Übersicht, es bleibt beim 1 zu 1. Doch Lugano hat nun den Rhythmus gefunden. Linus Klaasen auf Damian Brunner. Toni Martinson verwehrt den Abpraller zur 2 zu 1 Führung für die Tessiner in der 32. Minute. Nach 50 Minuten eine Überzahlsituation für Lugano, die endet im 3 zu 1 für die Tessiner. Linus Klaasens Schuss tropft aus Martin Gerbers Ausrüstung ins Tor. 3 zu 1 für Lugano. Die Tessiner haben sich diese 2-Tore-Führung verdient. Doch lange Bestand hat sie nicht. Peter Guckisberg gelingt noch das zweite Tor für Kloten. Das ändert aber letztendlich nichts mehr am 3 zu 2 Sieg von Lugano. Lugano.